Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, sallallahu alayhi wa sallam, wa baraka'ala ashafil anbiya'i wal musalina, nabiya'a muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'di bi geschwister, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zu einem weiteren Darts in unserer Rakida-Serie. Wir haben tatsächlich heute genau die Hälfte des Büchleins fertig. Schade, befinden wir uns schon in der zweiten Hälfte und es fängt in der zweiten Hälfte an mit Al-Imanu bil-Kutub. Wir haben gesagt, das Büchlein, ich wiederhole es jedes Mal, weil es so wichtig ist, und der Rakida ist. Das Büchlein ist für Anfänger geschrieben worden. Es ist nur ein Teil der Rakida, die, zum Handeln, dass es genau hier über mir ist, die ausführliche Rakida ist ab hier bis hier. Das ist die Rakida der Ahl-Usun al-Jama'ah auf knapp 3000 oder 4000 Seiten. Was hat Ibn Uthani gemacht? Er hat sich natürlich nur das Fundamentalste herausgefiltert, was der Anfänger wissen muss. Und wer von Anfang an dabei war, hat gesehen, dass er am Anfang über den Islam allgemein geredet hat, dass es die wahre Religion ist, dass keine andere Religion akzeptiert wird außer diese. Dann hat er die fünf Säulen beschrieben und einige Früchte draus gezogen. Und jetzt sind wir bei den sechs Säulen. Die erklärt er kurz und knapp. Und am Ende hat er auf zwei, drei Seiten geredet über die Ziele, was beabsichtigt unsere Religion eigentlich mit der Menschheit. Und damit hast du das Fundament der Akida Intus. Und kannst du jedes Mal wieder anschauen, nachholen. Und wenn du irgendwann mal selbst dazu kommst, eine kleine Gruppe in der Moschee hast oder Kinder hast, kannst du ihnen diese Vorträge ganz einfach wiedergeben, weil das das Fundament des Fundaments ist. Er sagt, Der Glaube an die Bücher. Wunderschöne Definition, er sagt, gemeint hier ist mit den Büchern. Die Bücher, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, auf seine Gesandten als Barmherzigkeit für die Menschen. Und als Rechtleitung für sie. damit sie zu ihrer Glückseligkeit finden, in diesseits, indem sie das praktizieren und ein menschliches Leben führen, nicht wie Tiere, und im Jenseits dann ewig im Paradies zu verweilen. Möge Allah uns zu ihnen gehören lassen. Dann sagt er, Wie bei allen Säulen vorher auch, sagt er, der Glaube an die Bücher beinhaltet vier Eckepfeiler, vier Dinge, die du verinnerlichen musst zu den Büchern. Was bedeutet Glaube an Bücher? Folgendes. Erstens, Al-Imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqa. Erstens, die Herabsendung kam wirklich von Allah. Es stammt wirklich von ihm. Die Botschaft kam tatsächlich von ihm herab. Bei ihm war der Anfang. Wie Imam al-Tahawi sagt in seiner Akhida, über den Koran, Min hu bada'a wa ilayhi ya'ud. Von ihm Finger an, die Quelle des Korans, wa ilayhi ya'ud. Und zu ihm wird er zurückkehren am Tag der Auferstehung oder kurz davor, wenn der Koran aus den Büchern verschwindet und man ihn aufschlägt und nur noch weiße Seiten sieht. Das wird kurz vor Ende der Auferstehung sein. Also erste Sache, wir glauben fest daran, dass der Ausgangsort von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Er hat sie herabgesandt. Zweitens, Al-Imanu bima'a alimnas mahu minha bis meh. Wir glauben darin an die Namen, die uns gegeben worden sind vom Wissen. Wie zum Beispiel Kal-Qur'ani. Wir wissen alle, was der Koran ist. Alladhi nuzzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Also im Koran gehört dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin. Wa tauratul ladhi unsilat ala Musa alayhi wa sallam. Die Tora, welchen Rab genannt wurde für oder auf Musa alayhi wa sallam. Wa al-Injilul ladhi unsilat ala Isa, das Evangelium oder das Injil für Isa alayhi wa sallam. Jesus. Wa al-Zaburul ladhi utiya hu da wud. Und den Zabur den der Wut bekommen hat. Wir haben gesagt, der Inhalt von al-Zabur waren Bittgebete, Tasbihat und Lobpreisungen. Das heißt, wenn er aufgeschlagen hat, da waren entweder Bittgebete drinnen oder Tasbihformen subhanallah al-Azim, subhanal-Malik, subhanal-Quddus oder Lobpreisungen. Alhamdulillahi al-Ladhi et cetera. Und wenn er diese rezitiert hat, kamen die Vögel herab und haben ihm zugehört. Und die Berge haben mit ihm das wiederholt. Aufgrund seiner wunderschönen Stimme. Wa amma ma lam na'nam ismuhu fanu'minu bihi ijmala Wir wissen aber auch, sagt er hier, dass es andere Bücher gibt, weil es auch andere Propheten gibt. Daran glauben wir. Ohne aber zu wissen spezifisch, wie sie heißen und was da drin stand. Dann drittens von den vier Dingen, die zum Glauben der Bücher gehören, tasdikuma sahha min akhbariha. Also alles zu bewahrheiten, was in diesen Büchern steht. Ka akhbari al-Qur'ani, wie zum Beispiel die Berichte des Korans, wa akhbari ma lam yubaddil au yuharraf min kutubis sabiqa oder an alle Nachrichten zu glauben, die in den Büchern Thora, Evangelium stehen, die aber nicht verfälscht wurden. Es gibt ja noch originale Dinge, die dir nur die Schriftkundigen sagen können, beziehungsweise die Gelehrten, was nicht verfälscht wurde. Daran glauben wir. Deswegen, wenn du eine Bibel oder eine Thora kriegst, darf man diese nicht in den Müll schmeißen, weil da sind noch Teile, die wahrhaftig sind, die tatsächlich noch drinstehen, die so herabgesandt wurden. Dann viertens Das zu verrichten von den Taten, von den Regeln, welche nicht abruhiert worden sind. Und wir sind zufrieden, mit ruhigem Gewissen nehmen wir alles an, egal ob du erstmal die Weisheit verstehst oder nicht. وَجَمِعُ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ مَنْسُخَةُ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Alle Bücher, die vor dem Koran sind, sind aufgehoben worden, haben keine Gültigkeit mehr. Wir respektieren sie, weil darin noch etwas Wahrheit steckt, aber sie wurden abrogiert, das heißt stillgelegt. Die Urteile, die dort stehen, haben keine Gültigkeit mehr. Warum? Der Koran ist gekommen und hat alles zur Seite geschoben. Und so wie es Allah sagt im Surat al-Ma'idah, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقْقُرْ Und wir haben auf dich das Buch herabgesandt mit Wahrheit. Wir haben es tatsächlich auf dich herabgesandt. مُسَدِّقَنْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْ Be wahrheitet, was vorher war. مِنَ الْكِتَابَ وَمُحَيْمِنَنْ عَلَيْ Hier haben wir das. مُحَيْمِنَ عَلَيْهِ heißt, er überwältigt alle anderen Bücher. Er hat sie sozusagen abrogiert und stillgelegt. Diese haben keine Gültigkeit mehr. You know. Good. Dann sagt Ibn Uthamin Also da der Koran nun alle vorherigen Bücher abrogiert hat und ungültig gemacht hat darf man die Regeln die da drin stehen nicht mehr praktizieren Das nennt man die Gesetzgebung die vor uns war Darf man davon noch etwas praktizieren Er sagt nein Außer Außer was authentisch ist und der Koran bewahrheitet und akzeptiert Beispielsweise damals in der Zeit von Yusuf Wenn jemand gestohlen hat wurde der Dieb dein Diener, dein Bediensteter Das war in der Gesetzgebung Da gab es keine Handabschlagen Bei uns in unserer Scheria ist Wer klaut, der wird die Hand abgehackt wenn Bedingungen stattfinden Das nennt man die Gesetzgebung die vor uns waren haben andere Regelungen und andere Urteile gehabt Okay Was aber übereinstimmt nehmen wir an beziehungsweise haben die Gelehrten in den vierten Büchern festgelegt Das waren die vier Dinge die du unbedingt wissen musst zu Was bedeutet denn Glaube an die Bücher Wir sagen erstens sie kamen von Allah Wir glauben an die Namen Koran, Zabur, Injil, etc. Und glauben an alle die vor uns waren auch wenn wir deren Namen nicht wissen Dann drittens alles für alles bewahrheiten was in ihnen steht in den Büchern beziehungsweise im Koran Und viertens das zu praktizieren was nicht ermögiert worden ist Und dann zuletzt sagt er wie üblich in dem Büchlein Welche Früchte kann man daraus ziehen Er sagt Hier siehst du die wieder etwas von Allas Eigenschaften was dich Allah wieder kennenlernen lässt Er sagt Warum Was ist die Frucht davon Was können wir daraus lernen wenn Allah Bücher herabsandt Ja ganz einfach Das Wissen dass Allah sich um seine Schöpfung kümmert Er hat sie nicht einfach erschaffen und dann leben lassen wie Tiere Nein Gebrauchsanweisung wurde herabgesandt Weil er ihnen Bücher herabgesandt hat Und jedes Volk zu jeder Zeit hat andere Urteile und andere Regeln wegen der Zeit wegen den Leuten wegen den Gewohnheiten etc. Als er aber den Koran herabgesandt hat wusste er schon im Voraus dass der Koran bis zum Ende der Welt das Buch ist was man zu jeder Zeit und zu jedem Ort praktizieren kann Das ist eine schöne Frucht Zweitens oder Lehre Wissen hat er ihnen Gesetzgebungen herabgesandt die passen die sie praktizieren können weil er weiß oder er möchte keiner Seele mehr auf erlegen als sie zu leisten vermag deswegen sagt er und jedem Volk von euch haben wir ein Gesetz gemacht und einen deutlichen Weg der befolgt wird und dann drittens und letztens was wir daraus lernen wir sollten daraus lernen Allahu subhanahu wa ta'ala zu danken dass er uns ein Buch gibt in dem steht wie wir uns zu verhalten haben was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist das war es schon über die über den Glauben an die Bücher dann gehen wir direkt weiter an Iman und bei Rasul der Glaube an die Gesandten auch hier sagt er Rasul ist die Mehrzahl von Rasul gemeint ist der Entsandte Rasul ist jemand dem etwas gegeben wurde welches er überbringen muss weil es gibt einen Unterschied zwischen Rasul und Nabi der Nabi wird ja als Prophet übersetzt und der Gesandte ist der Rasul wir sind nicht gleich manche Gelehrten haben da acht Unterschiede aufgezählt um es ganz einfach zu machen ein Nabi ist jemand der hat Kontakt zum Himmel er Jibril Allah wie zum Beispiel Adam aleyhisselam und viele andere Propheten er hat Kontakt zu Allah er bekommt bestimmte Offenbarungen wie er sich zu verhalten hat was er essen soll was er essen darf etc wie er sich seinen Charakter bildet damit die Menschen das von ihm abschauen das ein Nabi er ist selbst mit Jibril und seinem Herren der Gesandte ist er selbst Jibril und seinem Herren ihm wird aber befohlen den Menschen zu verkünden das ist dann ein Rasul er bekommt eine Risale ein Brief ein Buch und deswegen sagen die Geläter Nubbi Abi Iqra wa ursila bil muddathir er wurde Nabi sallallahu aleyhi wa sallam als ihm die Worte herabgesandt worden sind Iqra bismi rabbika alladhi khalaq hier ist kein Befehl den Menschen was zu sagen hier ist aber der Befehl lies der Kontakt mit Jibril hat stattgefunden Jibril hat etwas von Allah bekommen dem er den Propheten offenbart hier war ein Nabi deswegen sagen die Gelehrten er wurde Prophet durch die Worte Iqra kurz darauf kam die Suche al-muddathir Suche 74 der Eingedeckte und Zugedeckte warum sagen sie hier wurde er ein Gesandter weil hier wurde ihn befohlen der Menschheit zu verkünden also wurde ein Gesandter wo oder Zugedeckte als er von der Höhle kam und ängstlich war steh auf und warne hier ist er aufgestanden und hat 23 Jahre Dauer gemacht also ist das der Unterschied zwischen einem Nabi und einem Rasul und hier in unserer Säule geht es um die Rasul und Enbiya in Klammern also Gesandte und Propheten merkt ihr diesen Unterschied was wir hier meinen mit Gesandter sagt der Scheich Rahmah Allah jemandem dem etwas eingegeben worden ist von den Menschen nicht von den Engeln und ihm befohlen wurde dieses zu verkünden nämlich dem Koran wer ist der erste Gesandte Frage an euch schläft ihr oder seid ihr dabei genau Nuh alaihissalam Nuh alaihissalam wa akhiruhum und der letzte ist Muhammad salallahu alaihi wasallam der Beweis dafür dass Nuh der erste Gesandte ist finden wir in Allahs Aussage in Surat 163 als er sagte inna au hayna ilaik kama au hayna ila nuhin Reihenfolge im Koran spielt eine große Rolle steht nicht umsonst da er sagt wir haben dir offenbart wir wissen aber dass vor einem Gesandten kam genauso wie wir Nuh offenbart haben also hat er den ersten Gesandten erwähnt Beweis also hier ist der Beweis dass er der erste ist wenn sich jemand fragt wo ist dein Beweis dann sagst du Surat 163 und im Hadith in Sahih al-Bukhari von Anas Ibn Malik dass der Prophet salallahu alaihi wasallam sagte im langen Hadith über die Fürsprache hat er erwähnt dass die Menschen zu Adam kommen um für sie für zu sprechen dann entschuldigt er sich und sagt geht zu Nuh pass auf Adam sagt geht zu Nuh er ist der erste Rasul Gesandter der auf die Erde oder den Allah erweckt hat und dann hat er den Rest des Hadithes erwähnt weil er jeder dann kennt den Hadith zum anderen weiterschickt und sich entschuldigt aufgrund seiner Sünde in Klammern Sünde die er dies gemacht hat also haben wir hier durch den Vers und den Hadith in Bukhari den Beweis dafür dass Nuh der erste Gesandte ist Adam war der erste Nabi der erste Prophet das verwechseln manche und hier hast du den Unterschied Adam wurde nicht befohlen geh und berichte von den Menschen und hier ist dein Buch nein Adam war ein Prophet was er bekommen hat sollte er selbst praktizieren und die danach kommen haben ihm das nachgehabt ohne Buch Nuh ist aber der erste Gesandte der zur Menschheit kam und sagte betet Allah an den einzigen also ist Adam der erste Mensch ein Prophet und Nuh der erste Gesandte Rasul in Bezug auf Mohammed sagte Allah Er sagt hier Mohammed ist nicht der Vater von irgendein eurer Männer aber er ist der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten nach ihm gibt es keinen Prophet mehr Er sagt kein Volk hat gelebt außer dass Allah zu ihnen unabhängig von anderen einen Gesandten gesandt hat oder ein Prophet oder ein Prophet der dem eingegeben wurde was vor ihm schon der Prophet oder Gesandte den Menschen erzählt hat um das wieder zu erneuern und zum Leben zu erwecken sagt das ist auch der Beweis dafür dass jedes Volk einen Gesandten hatte und wir haben in jeder Gemeinschaft einen Rasul erweckt was war ihre Hauptaufgabe betet Allah den Einzigen an und meidet den Tarut wir haben gesagt Tarut hat Ibn Al-Qaim am ausführlichsten erklärt es ist jeder dem gehorcht wird gefolgt wird und geehrt wird nur so wie man Allah gehorcht und ehrt etc Umar dem Khattab sagte Tarut ist Schaitan oft im Koran wenn du liest Tarut ist damit der Schaitan gemeint und er sagte auch jede Ummah außer ein Gesandter oder ein Nadir ein Wahner war bei ihnen und hat sich gewarnt vor der Strafe und er sagte auch Wir haben ja die Tora herab gesandt in ihr ist Rechtleitung beziehungsweise Wissen die Spuren des Wissens nämlich die Taten die man danach verrichtet Die Propheten haben diese als Urteilsbuch gehabt als Gesetzbuch gehabt die 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 sich ergeben haben ja Propheten ergeben sich auch sie waren die besten Muslime überhaupt sie haben die Ergebung am besten praktiziert Muslim ist nicht nur ein Wort das du sagst la ilaha muhammad rasul la sondern die sprachliche Bedeutung von Islam spielt eine sehr große Rolle und zwar wie heftig hast du dich Allah ergeben in seinen Geboten und Verboten also sagt er hier das ist auch sehr wichtig Propheten und Gesandten sind Menschen die auch geboren worden sind wie Isa seine Geschichte Mariam der Prophet wurde geboren etc damit man ja nicht denkt dass das übernatürliche Geschöpfe sind nein es sind Menschen die essen und trinken und auch auf Toilette gehen etc am Ende von Kehf lesen wir immer ich bin ein Mensch wie ihr aber das Unterschied ist dass ich Offenbarung bekomme ihr aber nicht also sie haben keine Besonderheit in der Robobiyah wie die 12 Imame bei den Schiiten das heißt die Propheten können weder Sonne aufgehen lassen noch untergehen lassen noch sonstige Robobiyah wir hatten Robobiyah ausführlich Herrschaft sie haben keine Wirkung in dieser Welt von Regen herabkommen lassen von Gewächs wachsen lassen von Leben geben von Tod geben von von außer mit mit Allah Erlaubnis natürlich wie Isa den Blinden heilen konnte den Toten aus dem Grab aber an sich die Grundregel sie haben keine Robobiyah und erst recht nicht Uluhiyah dass wir ihnen irgendwie einen Anteil der Anbetung widmen Nein diese gehört alleine Allah Er sagt hier Ibn Uthamin Allah sprach über seinen Propheten Muhammad und er ist der Führer der Gesandten Was sagt er über ihn Geh zu den Menschen und sag ihnen und das ist von den Versen die beweisen dass er den Koran nicht selbst geschrieben hat weil das würde niemand über sich sagen um sich selbst zu tadeln oder aufzudecken Geh und sag ihnen Ich kann für mich selber keinen Nutzen ziehen noch Schaden wenn ich das Verborgen kennen würde dann hätte ich viel Geil gemacht er wüsste dann wo wird was auf mich Negatives warten um es zu umgehen er würde nur Positives erlangen aber er kennt das Verborgene nun mal nicht und das Übel hätte mich auch niemals getroffen wir wissen dass er verzaubert wurde wenn er das Verborgene kennen würde hätte er sich davor wahren können kennt er aber nicht erkennt nicht das Verborgene also treffen ihn auch Krankheiten und Zauberei und Schläge seine Zähne wurden zerschmettert sein Kopf hat geblutet in der Schlacht von Uhud er ist vom Pferd gefallen hat sich die Hüfte verletzt musste wochenlang im Sitzen beten wurde vergiftet von der Jüdin viel Übel hat er erlebt und dann am Ende des Verses soll er sagen ich bin nur ein Wahner und jemand der frohe Botschaft bringt für Leute die glauben und ein ähnlicher Vers in Surat Al-Jinn ich kann für euch um Menschen keinen Schaden nicht schaden noch kann ich für euch irgendetwas Gutes tun niemand kann mich vor Allah bewahren oder Ort der Sicherheit nirgendwo gibt es diesen außer bei ihm dass die Menschen ja nicht denken dass er das Verborgene kennt oder uns irgendetwas bringen kann aus dem Verborgenen und sodass wir dadurch Nutzen ziehen können oder uns warnen das Verborgene kennt er nicht und deswegen wird ihm hier explizit gesagt nochmal Qul wisst du dass jeder Vers der mit Qul anfängt den musst du den ein bisschen genauer anschauen weil sagen wird er so oder so so beschrieben ja Allah verkünde was wir dir offenbart haben was dein Herr auf dich herab gesandt hat also sagen wird er so oder so warum sagt nochmal Allah explizit sag nochmal um dich zu packen und aufzupassen was wird ihm denn hier befohlen nochmal zu sagen dann sagt er genau befallen und erleben tun die Propheten alle Dinge die ein Mensch so erlebt von Krankheit wir wissen dass die Propheten gestorben sind wir wissen dass er sich Steine um den Bauch gebunden hat als die Sahaba kam in der Schlacht von Al-Ahzab und zu ihm gingen und Hunger leideten und ihre Gewänder hochgezogen haben und er sah einen Stein an ihren Bäuchen damit der Hunger der Magen nicht so heftig schmerzt drücken sie den Stein an den Magen und er drückt dann hinten gegen die Wirbelsäule als er das gesehen hat er sein Gewand gehoben da waren zwei und drei Steine dran sie müssen auch trinken und alle anderen Dinge von Kindern von Geschlechtsverkehr und so weiter Allah berichtet in dem Kontext von Ibrahim Schau hier Ibrahim isst und trinkt er sagt und er ist der jenige der mich Speise gibt und zu trinken gibt und wenn ich krank werde dann ist er der mich wieder heilt und er ist der jenige der mich sterben lassen wird und dann wieder auferwecken wird das sind alles Dinge die Propheten erlebt haben und erleben ja nicht mehr weil sterben sie schau mal wie deine Akhida sich zu den Propheten entwickelt wie du über sie denkst wenn du in andere Gruppierungen schaust bei den Sufismus und teilweise bei den Schiiten sie haben ganz andere Glaubens Inhalte in Bezug auf die Propheten dass sie noch kommen und sie besuchen dass sie sogar teilweise inkarnieren in andere Geschöpfe alles Quatsch alles Quatsch und was immer wunderbar gemacht hat ist danach immer es zu belegen durch ein Hadith oder durch Verse wie jetzt hier das Propheten essen und trinken und krank werden und sterben weiter macht er hier mit mit dem Hadith der Prophet sagte es gibt ein Vers dazu und auch den gleichen Hadith er sagt ich bin ein Mensch wie ihr nächste Eigenschaft ich vergesse genauso wie ihr vergisst wenn ich dann vergesse so erinnert mich vergessen aber in Sachen die man vergessen kann nicht aber in Dingen der Offenbarung weil da hat ihnen die sogenannte Isma gegeben Allah sagt Wallahu ya'asimu kamina nas die Isma ist Schutz dass du irgendetwas Falsches sagst oder irgendetwas was Allahs Willen widerspricht und eines Tages betete er im Fajr-Gebet vor die Römer und dann hat er einige Worte vergessen und das und das verdreht er ist auch nur ein Mensch und hat im Röhr-Gebet vier gebetet und einmal zwei gebetet und einmal im Asr auch nur zwei ist aufgestanden vorne zur Moschee hat sich hingesetzt und die Menschen haben sich gewundert besteht das Röhr-Gebet nur noch aus zwei und dann wurde erinnert sagt er ich hab nicht vergessen dann wurde also er vergisst auch sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala gab den Propheten die höchste Eigenschaft überhaupt die ein Mensch erreichen kann nämlich die Form der oder die Eigenschaft der Ubudiyya der Dienerschaft der Anbetung unter uns Menschen ist das vielleicht verpönt als der Knecht von dem der Diener von dem in Bezug auf Allah aber ist es das höchste was du erreichen kannst nämlich ein wahrhaftiger Diener zu sein sogar im Kontext als er sie lobt wählt er das beste Wort aus um sie zu loben in Bezug auf Nuh sagt er in Surat Al-Isra er war ein dankbarer Diener Abden und Mohammed in Bezug auf Mohammed sagt er Anfang von Surat Al-Furqan Surat 25 Unterscheidung Segen ist derjenige, der den Furkan ein Name vom Koran herabgesandt hat auf seinen Diener, damit die Menschheit warnt und hier sind beide Tefassir entweder der Koran, der herabgesandt wurde oder der Prophet beide sind wahrna in Bezug auf Ibrahim, Ishaq und Yaqub sagte er und erwähne unsere Diener die Männer der Eidi und Abasar Eidi ist die Mehrzahl von Hand was auf ihre körperliche Kraft hinweist da die Propheten extremst stark waren Musa A.S. 40 Männer und die Propheten waren an sich starke Männer also lobt sie Allah, hier sagt die Leute der Kraft kommt von Basar, von Sehen und damit ist Wissen gemeint sie haben den Durchblick gehabt wir haben sie auserwählt mit einer Besonderheit welche denn Sie haben das Jenseits oft erwähnt eine sehr schöne Eigenschaft das Jenseits oft vor Augen zu haben und darüber zu reden deswegen sagt ja der Prophet S.A.S. A.S. aksiru dhikra hadhim l-laddat vermehrt es den hadhim mit dal ist der Abschneider oder hadhim mit dal ist der Zerstörer der sogenannte Genusszerstörer der Tod vermehrt es diesen zu erwähnen und sie sind bei uns angesehen als auserlesene beste Diener Subhanallah in Bezug auf Isa hat er ihn auch so genannt als er sagte er ist nur ein Diener wie alle anderen Propheten rüder vor ihm aber wir haben ihm eine Ni'me gegeben nämlich das Prophetentum وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل und wir haben ihn zu einem Zeichen gemacht für Bani Israel welches Zeichen war das ja weil er ohne ohne Vater geboren wurde und dann auch hier Ibn Uthamin Rahimahallahu Ta'ala auch hier gibt es nee erstmal die vier Dinge die du wissen musst وَالْإِمَانُ بِرْرُسُلِيَةَ دَمَّنُ أَرْبَعَةَ أَمُورٍ vier Dinge die du auch dazu wissen solltest erstens أَلْإِمَانُ بِأَنَّ رِسَالَةَ هُمْ حَقٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ wisse dass ihre Botschaft wahr ist und von Allah subhanahu ta'ala gekommen ist ist ja ähnlich wie bei den Büchern in der Säule davor فَمَنْ كَفَرَ بِرِسَالَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَدِ كَفَرَ بِالْجَمِيعَ كَمَقَالَهُ تَعَالَ pass auf das ist hier ganz besonders wenn du an einem Propheten zweifelst und leugnest hast du alle für Lüge erklärt warum das? ja weil jeder mit der gleichen Aufgabe kam Tauhid weg von Schirk und der Beweis hierfür schau mal die Rhetorik des Korans بَلَغَتُ الْقُرْآنَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ das Volk von Nuh wie viele Propheten kamen denn zu seinem Volk ja nur er er war ja 950 Jahre dabei aber Allah erwähnt hier die Mehrzahl er sagt das Volk das Volk Nuhs hat die Gesandten für Lüge erklärt obwohl nur Nuhi Gesandter war sie sagen das gehört zu der zu der Rhetorik des Korans um darauf hinzuweisen dass wer einen Gesandten leugnet alle leugnet كَذَّبَتْ fängt hier der Vers an also wenn du sagst ja ich glaube an alle Propheten außer an Harun عليه السلام كَافِر ich glaube an alle außer an Ibrahim كَافِر du musst alle bestätigen in deinem Herzen und fest daran glauben womit sie gekommen sind hier Ibn Uthamin sagt das er sagt er hat sie als Lügner betitelt die alle Propheten der Lüge bezichtigen obwohl nur Nuhi ihr Prophet war ein spezieller Prophet dann sagt Ibn Uthamin dann schließen wir da raus فَنْنَصَارَ الَّذِينَ كَذَّبُوا مُحَمَّدًا die Christen die Muhammad für Lüge erklären لم يَتَّبِعُوا und ihm nicht folgen هُمْ مُكَذِّبُونَ لِلْمَسِيْحِي بُنِ مَرْيَمْ eigentlich leugnen sie auch Jesus von denen sie behaupten dass sie ihn anbeten wenn sie natürlich diese Perspektive haben von uns beziehungsweise von Ibn Uthamin die er hier bestätigt غَيْرُ مُتَّبِعِينَ لَهُ أَيْزَ sie folgen ihm ebenfalls nicht لَا سِيَمَا أَنَّهُ قَدْ بَشَّرَهُمْ مِمُحَمَّدًا und erst recht da er ihnen ja die frohe Botschaft gegeben hat dass Muhammad kommen wird مِمْ بَعْدِسْ مُهُ أَحْمَدًا nach mir kommt ein Prophet namens Ahmed وَلَا مَعْنَا لِبِشَارَتِهِمْ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ رَسُولٌ إِلَيْهِمْ weil er sagt die Botschaft von ihm die er ihnen verkündet hat hat ja beinhaltet dass er auch ein Gesandter für sie sein wird sie haben ihn aber geleugnet يُنْقِدُهُمُ اللَّهُ بِهِمْ مِنَا دَلَالَهُ Allah subhanahu wa ta'ala hätte sie aus der Irre gerettet وَيَهْدِهِمْ إِلَا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٌ und er hätte sie zu einem geraden Weg geleitet also das ist das erste was du verinnerlichen musst in Bezug auf Glaube an die Gesandten dass du glaubst dass alle die gleichen Aufgaben hatten alle die gleichen Aufgaben hatten nämlich Tauhid und Schirk verleugnen Tauhid predigen und Schirk leugnen und wenn du einen leugnest leugnest du alle zweitens genau wie bei den Büchern wir glauben an diejenigen dessen Namen uns bekannt ist er sagt wie zum Beispiel Muhammad und Ibrahim und Musa und Isa und Nuh das sind die sogenannten fünf Ulul Azim Ulul sind die Leute und der Azim ist die Entschlossenheit warum weil Allah sie speziell in zwei Versen erwähnt hat manche Gelehrten sagen alle Propheten waren entschlossen und stark und kräftig aber nicht diese fünf wurden so spezifisch erwähnt im Koran hintereinander an zwei Stellen einmal in Surat Al-Ahzab als er sagte schau mal und als wir von den Propheten nahmen ihre Unterschrift und die Abkommen von den Propheten dann fängt Allah mit ihm an sallallahu alaihi wa sallam und von dir wie dann bemeistert der erste Mal das sind die fünf Ulul Azim und der zweite Vers in Surat al-Shura Surat 42 wieder Nuh als erstes er weiß dafür dass er der erste war als Gesetz hat er euch festgelegt der Religion und anbefohlen was er schon Nuh anbefohlen hatte und das was wir dir anbefohlen haben und was wir Ibrahim und Musa und Isa anbefohlen haben ja was hast du denn anbefohlen an aqimu al-Din haltet die Religion aufrecht wa la tatafarraku fih und spaltet euch nicht darin wie ihr wisst wie ihr wisst hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Quran dass es Propheten gab von denen er uns aber nichts berichtete ok was machen wir mit diesen Propheten wir glauben dass es diesen Propheten gab auch wenn wir nichts von ihnen wissen weder ihr Volk war noch ihren Namen noch etwas von ihren Büchern nur Allah hat sie im Quran erwähnt manche haben wie dir erzählt ihre Geschichten und manche nicht und im Hadith heißt es am Tag der Auferstehung kommt ein Prophet und hinter ihm zehn zehn Leute die geglaubt haben und ein Prophet fünf und ein Prophet drei und an ihm wird vorbeilaufen ein Prophet und hinter ihm ist gar keiner er wurde geleugnet und niemand hat an ihn geglaubt und über Nuh der 950 Jahre aufrief nachts tags zu Hause bei ihnen zu Hause in der Öffentlichkeit was sagt Allah am Ende über ihn nach 950 Jahren bestätigt es wer Allah und sagt und geglaubt hat man ihn nur Kalil wenige also hier ist der Beweis dafür dass es andere Propheten gab in Zuge 40 Vers 78 und wir haben vor die Gesandte geschickt manche haben wie dir berichtet und manche und von manchen haben wir dir nichts berichtet also war das Punkt Nummer 2 in Bezug auf der Glaube an die Propheten an ihre Namen glaubst du und an ihr Volk und an ihre Bücher die die du nicht kennst glaubst du trotzdem so wie es überliefert wurde auch wenn du nichts darüber weißt und in manchen Überlieferungen die umstritten sind heißt es dass es 124.000 Propheten gab und davon 314 Gesandte kurzer Aspekt drittens dass du alles glaubst was von ihnen oder über ihnen berichtet wurde das findest du ja im Koran die Geschichten der Propheten und dann viertens und letztens das zu praktizieren die Gesetzgebung zu praktizieren die gesandt wurde zu uns und zu uns kam ja Mohammed sallallahu alayhi wa sallam al mursalu ila jami'in das der zu allen Menschen kam Allah sagt schau mal das ist ein gewaltiger Vers er fängt an mit Verneinung und schwor bei Allah nein bei deinem Herren la yuminu hatta yuhak la yuminuna sie glauben nicht hatta yuhak kemuk fima shajara beinahum bis sie sich ergeben oder sich als Urteiler nehmen ans Richter nehmen fima shajara beinahum das was unter ihnen an Streitigkeiten gibt fima shajara beinahum thumma la yajidu thumma la yajidu fi anfusim haraja und dann finden sie auch kein ja schlechtes Gefühl aufgrund deines Urteils mimma qadait aufgrund deines Richtens wa yusallimu taslima und sich dann voll und ganz ergeben und manche Gelehrten haben hierdraus die drei Stufen der Religion herausgefiltert sie sagten fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakimuk bei Allah sie glauben nicht bis du der Hakim bist ist der Islam das heißt er urteilt in unseren offensichtlichen äh ähm Problemen und Streitigkeiten la yajiduna fi anfusim haraja und dann finden sie in ihren in ihren Inneren in ihren Herzen kein Groll aufgrund deines Richtens ist der Iman die Stufe des Imans und dann wa yusallimu taslima und dann sich voll und ganz ergeben ist die Stufe des Ihsan gut dann schließen wir ab das passt sehr gut mit den Früchten über diese Säule was können wir daraus lernen er sagt Al-Ula erstens Al-Ilmu bi Rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi Ibadih ist ähnlich wie Bücher weil Buch und Prophet hängen ja zusammen er sagt hier auch das Wissen wie barmherzig ist zu seiner Schöpfung dass er ihnen ein Buch vorher schickt und einen Gesandten der uns dieses Buch erklärt das heißt er kümmert sich um seine Schöpfung weil er ihnen Gesandten geschickt hat um sie recht zu leiten zum geraden Weg und uns zeigen wie man denn diesen großartigen Herren anbetet die der menschliche Verstand kann nicht alleine darauf kommen was Allah wohlgefällig ist und was nicht also hat er einen Prophet gesandt mit einem Buch in dem Buch steht drin was er möchte und dieser Gesandte dieser Botschafter zeigt uns wie man das macht Barmherzigkeit von Allah zweitens dass wir uns bedanken sollen Dankbarkeit soll entstehen in deinem Herzen und drittens die Liebe zu den Propheten und dass sie bei dir eine hohe Stufe haben im Herzen und sie zu loben und über sie zu sprechen und ihre Geschichten zu erwähnen weil Allah wählt sich nur den beliebtesten Menschen überhaupt aus für diese Aufgabe und sie haben ihn eingebetet wie kein anderer und sie haben diese Botschaft auf beste Art und Weise verkündet und sie haben uns die besten Ratschläge natürlich mitgegeben natürlich gibt es auch hier Gruppierungen die das leugnen und sagen und behaupten dass die Gesandten keine Menschen sind und hat es auch direkt widerlegt warum ihr wisst dass die Menschen verwunderliches sehen wollten bringen uns doch einen Engel bringen uns doch einen Engel der Gold und Silber mitbringen soll wer seid ihr denn ihr seid Menschen also ist für euch geeignet auch ein Mensch wenn ich euch Engel herabkommen lasse ist die Angelegenheit schon vorbei denn Engel sieht man nur am Tod er sagt was hat sie denn davon abgehalten zu glauben als die Rechtsleitung zu ihnen kam außer dass sie sagten hat Allah etwa einen menschlichen Gesandten entsandt sag ihnen sag ihnen wenn auf der Erde es Engel gäbe oder wenn Engel wären die gemütlich umherlaufen dann hätten wir auch Engel herabgesandt die diese Engel dann auch warnen da ihr aber Menschen seid bekommt ihr auch einen Menschen als Gesandten so widerlegt Allah diese Behauptung die Behauptung die Behauptung dass der Gesandte etwas außerhalb von menschlich sein sein sollte das war in ihrem Verstand daran siehst du dass der Verstand oft Fehler macht sie wollten Engel sehen und Wunder sehen dass sie dann erst glauben Wunder haben sie ja gesehen aber die Gesandten wollten sie als Engel haben also ganz logisch sie haben das zum Grund genommen um ihre Botschaft zu leugnen schau mal sie sagen warum sollten ihr euch denn glauben ihr seid doch Menschen wie wir auch ihr wollt uns nur von den Sachen abhalten die unsere Vorväter schon angebetet haben bringt uns mal einen deutlichen ein deutlicher Beweis oder ein Wunder als er ihnen dann die Mondspaltung gezeigt hat haben sie trotzdem nicht geglaubt die Gesandten sagten dann zu ihren Völkern wir sind nur Menschen wie ihr Allah erweist jedem Gunst wen er möchte von seiner Schöpfung gemeint ist das Prophetentum er hat mich nun mal auserwählt wir können euch kein Wunder hervorbringen außer durch die Erlaubnis Allahs und dann schließe ich ab mit der Mondspaltung ganz kurz als sie eines Tages zu ihm kamen und sagten zeige uns ein Wunder es war eine Vollmondnacht alle waren draußen vor der Kaaba und dann kam die Quraysh wieder mit ihren Herausforderungen zeige uns ein Wunder in dieser Nacht hat es Allah gewollt dass sie dieses Wunder sehen so sagte er sieht ihr den Vollmond die sagten ja so hat er mit seinem Finger eine Bewegung gemacht und der Mond spaltete sich durch zwei und der Bergkipfel war dazwischen eine Hälfte war hier und die andere hier als sie das sahen wurde es innegehalten und dann gesagt nein er hat uns verzaubert es kann nicht sein dass der Mond sich spaltet haben sie auf die Karawanen gewartet die ankamen in Mekka die sagten habt ihr den Mond gespalten gesehen sie sagten ja hier müssen sie jetzt eigentlich glauben aber was haben sie geantwortet sie sagten subhanallah seine Zauber war so heftig sie hat sogar die Karawanen außerhalb von Mekka erreicht dazu die Phase in Surat der Mond die Stunde hat sich gespalten und wenn sie ein Zeichen sehen die Mondspaltung wenn sie sich ab und sagen es ist eine Sihr der Mustamir ist heftig und von einem großen Magier der sowas machen kann also so waren die die Leute wir haben abgeschlossen gerade auch Kapitel oder Säule der Gesandten nächste Woche geht es dann los mit das wird natürlich die längste Säule und auch interessanteste und schönste auch unter anderem alle Säulen sind schön aber der Tag der Auferstehung also da fangen wir nächste Woche an dann wartet auf uns noch Schicksal und Vorherbestimmung und dann wie gesagt schließt er ab mit ein Kurzkapitel ganz kurz die Ziele des Islams und Ziele der Scharia was hat sie mit uns der Menschheit vor und dann haben wir auch den Akhida Kurs beendet inshaAllah wenn ihr Fragen habt könnt ihr gerne noch stellen wäre es okay wenn ich eine kurze Ficht war ich würde da mich etwas beschäftigen ausnahmsweise weil wir wenige sind erzähl was hast du mach aber keinen Riesentext kurz wenn es geht in welcher so wurde das erwähnt erwähnt dass es Gesandten gab ohne Namen genau mehrmals einmal hier in Rafir genau das war 40 Moment ich gebe dir nochmal den Vers 40 78 und einmal auch in Surat Nisa es gibt mehrere Stellen auf jeden Fall reicht ja wenn du die kennst 40 48 genau oder 78 das habe ich gesagt diese Zahlen immer 78 genau 78 wo ist eine Frage doch ein langer Text es ist so dass der Prophet ausnahmslos die freiwilligen Gebete in zwei Schritten gebetet hat da ich das immer dachte aber auch gesehen habe dass es manche Gelehrte in vier Schritten erlauben in bezug auf die zwei rakaat sagt er in bezug auf das 2 2 und wenn du morgen fürchtest dann macht dein mit einer das heißt du betest zwei rakaat wieder zwei irgendwann merkst du okay ich werde müde oder ich kann nicht mehr nach ungefähr 180 rakaat Spaß dann betest du eine diese mit vier wurde auch überliefert gibt sogar beweise dafür er sagte er hat vier gebetet frage nicht nach der länge und nach der schönheit hat er vier am stück gebetet oder hat sie gemeint zwei zwei die sehr schön waren erklärt durch einen anderen Hadith dann sagen andere doch es gibt auch Hadith wo er vier gebetet hat diese sind aber umstritten und deswegen die Hanafiten wenn sie ihre Sunnah beten vor Öle vor Zohr beten sie ihre vier zusammen und benutzen diese überlieferung dass man vier machen darf und auch viele gelerter auch die saudis haben baliten erlauben das okay es ist kein problem dass du vier machst am stück oder zwei zwei gar kein problem welcher prophet hat gesagt dass noch ein prophet kommen wird der Ahmad heißt stimmt das überhaupt nein in Surah 61 das war ja Isa der die frohe Botschaft seinem Volk verkündete Surah 61 As Saffu Surah die Reihe hier ich gebe dir auch sofort den Vers dazu Surah 61 Vers 6 und als Isa sagte der Sohn Mariams ich bin der Gesandte der bestätigt was vor mir war von der Tora und ich bringe euch die frohe Botschaft durch Rasul durch einen Gesandten oder ein Gesandter der nach mir kommen wird sein Name ist Ahmad und unser Prophet hat ja mehr Namen Ahmad Muhammad Al-Hashir im Amalik erwähnt in seiner Muabta am Ende den Namen des Propheten genau wissen sie schon mit welchem Buch wir danach weitermachen Wallahi eigentlich muss ich das mit euch besprechen wollt ihr weiter Akida machen oder wollt ihr eine andere Wissenschaft also ich hab da so ein Buch im Blick und zwar heißt das oder es ist ein Teil der Sira aber der sehr emotionaler Teil das ist ein Buch ist auch nicht dick da geht es um den Zeitpunkt seiner Krankheit bis zu seinem Tod was ist dazwischen passiert was sind in den letzten Tagen und Wochen passiert bis er gestorben ist müssen wir dann halt entscheiden sehr interessant dass er in seiner Krankheitsphase sich gewünscht hat oder das Buch fängt an indem er Anzeichen schon gibt den Menschen dass er bald sterben wird er sagt einem Diener wurde zwischen dem Dies und Jenseits zu entscheiden gegeben sagt er einfach so auf der Freitagspredigt Abu Bakr fängt an zu weinen weil er hat genau verstanden er ist der Diener und er sagt zu Moab als er ihn in Jemen geschickt hat es kann sein dass wenn du zurückkommst ich vielleicht nicht mehr leben werde tatsächlich kam er zurück am Grab des Propheten vorbei also von dem Zeitpunkt seiner Krankheit bis zu seinem Begräbnis schauen wir mal also ist es nicht gegen die Sunnah vier am Stück zu machen nein ist es nicht habe das leider ja Bruder das ist halt unsere Unwissenheit möge uns wissen ja das mache ich dann noch fertig und wird im Flyer vorgestellt und dann kann man sich immer noch entscheiden ob wir das machen oder haben was anderes okay bleibt es bei den zwei Tagen Freitag und Sonntag Zukunft ja am Samstag bin ich ja in Stuttgart jetzt im Ramadan nicht deswegen machen wir den Testkiakos auf Freitag und Sonntag bleibt fix Inshallah können sie eventuell auch noch Fikun-Tash geben ja natürlich nur die Zeit wann wann soll man das machen Donnerstag Montag es wird alles so eng auch zum Vorbereiten liebe Arabisch alles ja komm lass von Montag bis Sonntag Unterricht machen Fikr kann man auch machen so auch für Anfänger so wie dieses Haqida Büchlein können wir in Fikr Büchlein durchgehen Inshallah Ja gucken wir einfach Sira oder 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 Fikr oder wenn wir mit Tadabbur fertig sind können wir da Fikr machen mal und Freitags wenn wir jetzt fertig sind mit der Aqida machen wir Sira dass wir halt alle Wissenschaften mal durchgehen oder wir lassen den Sonntag wirklich nur für Koran Ja das müssen wir als Gruppe dann entscheiden Inshallah Gut Würde Koran Ja Okay Lass uns erst mal die Bücher beenden Inshallah Assalamu alaikum Ahmetullah Barakat Liebe Geschwister Habt einen schönen Iftar und schöne Tarawih Salaamu alaikum Ameen